Wunderschönes Land. Man kann sich hier draußen verlieren. Wie lange reiten wir schon zusammen, Charlie? Neun oder zehn Jahre? Eine lange Zeit hat sich eine Menge verändert. Aber ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wohin ich zu gehen habe. Ich bin nicht, wie Sie denken. Sie müssen mir nichts erklären, Charlie. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass sie dich in dieser Welt sieht. Also sag ihr so viel du kannst. Ein Mann hat das Recht, seinen Besitz zu verteidigen und sein Leben. Und weder ein Rancher noch ein paar Revolverhelden können uns daran hindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017